Musik 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 Gutsch, gehörten da vorhin Da hat der Platz in der Mitte, Mason liegt noch einmal rüber und dann ist das 1 zu 0 Ja, wer denn wohl? Keine Schwerin wieder! Musik Rödingen, Lindgren, DuBois und das ist der Ausgleich zum 1-2-1. Er bietet einen Fehler an der eigenen blauen Linie, das ist das! 2-1 für den HZD! Dann kriegt der Baumgart den Stock ins Gesicht. Und das ist das Tor von Gianmarco Wendt! Das gibt es ja gar nicht! Der Junge in seinem allen ersten Spiel in der National League trifft sogleich zum 3-1. Wahnsinn, was für eine Geschichte! Also aus Rapperswiler Sicht, Optimismus dürfte anders aussehen. Davos gewinnt also in Rapperswil mit 3-1. Das war's von dieser Partie, zumindest für den Moment. Also auch die vierte Partie dieser Gewinne in Davos. Rapperswil...